Gute Frage. 2017? Eigentlich schon davor. Ah ja stimmt. Da habe ich mir ausgeholfen bei dir. Du hast mich gefragt, welches Projekt? Genau, mein Musikvermittlungsprojekt, Kunst der Stunde. Ehe da in Grafenegg. Genau. Stimmt. Und dann? Wollte man was eigenes machen? Ganz genau. Es hat sich gut angefällt mir dann, Projekte zu machen. Stimmt. Und dann ist es losgegangen. Vereinsgründung. Und jetzt sitzen wir da. Genau. Eigentlich. Gute Frage. Was machen wir? Wir machen ganz, ganz, ganz viel unterschiedliches. Musikvermittlungsprojekte und selbst das ist ja wieder total bunt. Und vielseitig. Ja, Konzerte, wie du jetzt in Grafenegg. Genau. Für unterschiedliche Zielgruppen. Workshops. Workshops. Interaktive Workshops. Stimmt. Die wir neu entwickelt haben. Lernmaterialien. Ah ja stimmt. Lernmaterialien. Ja, unterschiedliche organisatorische Tätigkeiten für Kultursituationen. Ja. Ja, ich bin im Verein für Finanzen zuständig. Alles was das betrifft, mache ich eigentlich. Und dafür hast du? Genau. Ich bin für das Marketing zuständig. Für die Kommunikation nach außen, für die Kommunikation nach innen. Und gemeinsam sind wir für die... Alles andere zuständig. Genau. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020